So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play South Park. Es geht gleich los mit einer Cutscene, deswegen drehe ich jetzt gleich mal mein Mikro ab. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fat Ass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating. And acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitterraven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carman's stupid kingdom and get the stick back once and for all. I'm trusting you to do what's right. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. I am sending our best ranger to Helgaii. The bard is also at your disposal now. Okay, also wir müssen jetzt da auch für den Keil hier kämpfen, der für das Elfenkönigreich hier herrscht. Ich flaller dir mal alles, ja? Okay, wehtun können wir denen nicht. Ja, schaut's euch. Mal schauen, ob die Kamera rauf geht. Ob da irgendwas zum Looten ist? Nein. Leider nicht. Nix zum Looten hier oben. Na, dann wieder runter. Wie bestellen da unsere Freunde? Also eigentlich unsere Feinde. Mal schauen, ob sich das dann irgendwie entwickelt. Hier können wir Bogen schießen. Okay. Ah, cool! Eine Schnellreisen-Esprace haben wir hier freigeschalten. Das ist gut. Gut, gut. Gut. Ah, geh runter da. Gott, alles mir. Einen Dollar haben wir dafür gekriegt. Und ein Messer. Eine neue Waffe hier. Cool, cool, cool. Mit dem möchte ich nicht reden. Wir müssen ja die Goffi-Kinder jetzt dann noch immer rekrutieren. Unser König kann euch vertrauen, aber das bedeutet nicht, dass ich es muss. Die Menschen haben die Böden über die Stadt gebraucht, die Elfenkönigreich für ihre eigene. So sagen sie es, die Welle von InSight. Und das ist alles über Twitter. Die Welle sagt, die Böden kann sich restauriert, nur wenn ein gewisseres Böden wäre, um ihre Böden anzunehmen. Wiederherrschung des Gleichgewichts, das neue Quest, okay? Alles ist verloren. Meine Kontakte, meine Map, meine Freunde-Liste, alles von mir von der She-Ogre. Sie hat keine Säule. Du wirst mir helfen, die She-Ogre und meine iPhone zu retten? Vielleicht bist du einer, die zu vertrauen. Sehr gut. Lasst uns das Ende. Du weißt, was jeder gute Böden sollte haben? Ein Flut. Wenn ich ein Flut hatte, könnte ich eine fantastische Melodie spielen. Wenn ich nur ein Flut hatte. Mein Facebook sagt, der Rancher könnte einen verkaufen. Du weißt, wo der Ranch ist? Ich würde gerne sehen, ob ich diesen Flut kaufen könnte. Neue Quest. Ogrerim. Ogrerim. Die Ogrerim. Ogrerim ist das... Magische Musik, okay? Ogrerim. Any ally of the Elfkrieg is a ally of mine. And my shop is open to you. Ah, okay. Mit dem Farmer müssen wir auch reden. Mit dem Kai glaube ich auch. Nein, okay. Dann habe ich mich jetzt verlesen. Ich spiele das nämlich nicht auf HD. Und ich sitze ziemlich weit weg vom Fernseher. Und da meine Augen nur noch HD gewöhnt sind, kann ich nicht wirklich lesen. So, da rauf gehen wir kurz. Wir stöbern hier alles. Wir bestellen natürlich auch Kyle hier. So. Okay. Eine Unterhose, okay. Okay, da ist wieder dieser Wandschrank. Da oben, das ist Chewie. Das ist, glaube ich, bei der dritten Staffel bei Korn, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wenn ich mich hier, könntest du es mir gerne in die Comments schreiben. Alles mitnehmen hier. Eine Aufwertung haben wir da auch, okay. Scheißen gehen tun wir auch nochmal. Schauen wir da rein. Das da oben kann ich nicht nehmen. Das kann ich nehmen. Den Garagenschlüssel haben wir gefunden. Sehr gut. Der Heiltrink... Ja, Heiltrink... Ja, Heiltrink sind bei mir voll. Schade, dass man da nicht unendlich viel tragen kann. Das finde ich ein bisschen traurig. So, hier gehen wir auch rein. Hier hat alles mir. Hier hat alles mir. Okay, passt. Scheißen gehen wir mal auch. Jawohl, ich könnte sogar. Jetzt ist das, was ich nennen. Showmanship. Jo, nehmen wir. Und... Ganz kurz nur waschen hier. Und wieder raus hier. Da, 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 da. Eine Aufwertung ist verfügbar. Wir drehen da mal ab. Das ist ja unnötig, dass das da rennt. So. Das ist ja auch ein Delfin. Ihr habt immer gefragt, was es wäre, ein Dolphin sein? Nur mit Flips, mit Fisch zu essen, nicht eine Karte in der Welt? Du hast... Ich liebe deine Waffe. Du hast... Ich liebe deine Waffe. Vier neue Freunde. Jason, Timmy, Mrs. Tweak und Mr. Tweak. Okay. So, Fähigkeiten. Das möchte ich auf jeden Fall aufwerten. Zack, zack. Was das kann, weiß ich noch nicht. Aufwertung verfügbar. Wirbelnde Verhängnis. Okay. Und das wissen wir noch nicht mal, was das ist. Ah, da. Ägyptische Plage. Okay. Moment. Oh, schaut mal da. Da kann man auch was machen. Das mache ich dann aber ohne euch. Das muss ich mal durchlesen alles und schauen, was da wirklich gut ist. Und dann sage ich euch, was ich dann halt genommen habe. So, Quests. Nein, das wollen wir nicht. Den würde ich gerne machen. Den würde ich jetzt sehr gerne mal fertig machen. So, wir sind hier. Das sind so viele Rufzeichen. Okay. Ganz vor und dann rechts rauf und dann links. Ich glaube, nämlich mit der Sonde können wir das dann da unten. Also, ich erkläre es dann, wenn ich dort bin. Ist, glaube ich, leichter. So, einfach nur noch vor und die erste Straße dann rechts rauf. Komm mit. Mal schauen, ob du gut bist, Jimmy. Ansonsten nehme ich den Stand. Da liegen lauter Wrackteile. Uiuiui. Uiuiui. Da bin ich jetzt einmal nicht raufgegangen. Dann gehen wir da rauf. Und jetzt rechts, oder? Na, ich weiß nicht. Jetzt Fehler macht die Karte auf. Okay. Dann mache ich halt die Karte auf. Karte. Hier ist es. Geh weg da. Lasst mich vorbei. Da ist es. Post Office. Jawohl. Und hier runter. So, ich hoffe, dass das jetzt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Dass ich das mit dem, mit diesem Sender da aktivieren kann. Zuerst auswählen. Alien-Sonde. Tatsächlich! Jetzt kommen wir rüber. Ich kann endlich die Quest fertig machen mit dem Schweinebeermann. Nämlich wenn der uns angreift, der Schweinebeermann, dann sind wir ziemlich im Arsch, glaube ich. Gott sei Dank gibt's ihn ja gar nicht. Der Elgore hat ein bisschen am Poscher, glaube ich. Freut mich! Endlich mal was Neues hier. So, das machen wir kaputt. Dann können wir looten. Scheiße. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, wir nehmen Schießen. Ah, okay. Ach so, jetzt wird er so geteilt. Okay, okay. Wow, ein Sewer-Level. Jetzt spielen wir wirklich in einem Roller-Playing-Game. Ah, um Gottes Willen. Ich habe die Rate gar nicht gesehen. Aber wir haben anscheinend den letzten Sensor hier rangebracht. Wir wissen wirklich, wie eine Krähe zu drehen. Okay! 111 Schaden machen die. Seid ihr dappert? Das könnt ihr ja nicht machen. So, den würde ich mir gerne mal anschauen. Drehen. Einfach nur drehen. Das ist nice. Das ist wirklich nice. Uh, der ist nicht so schlecht, der Jimmy. Das ist wirklich nice. Das hat nämlich auch wenig Mana. Der Trick ist wirklich nice. Das ist wirklich cool. Wenig Mana-Verbrauch und sowas. So, das war der letzte. Aber wir bleiben mal hier unten. Darunter kann ich nicht, okay. Aber dann nach hinten. Irgendwo ist da unten Mr. Henke. Das weiß ich. Da hinten ist er. Das ist Mr. Henkes Haus, bitte. In der Kloake. Schauen wir mal, was er zu uns zu sagen hat. Howdy ho! Gosh, danke, dass du hierher gekommen bist. Aber hier, jeden Tag ist Weihnachten. Also, wenn ich sage Howdy ho, musst du sagen, Howdy ho, Mr. Henke. Gib es mal. Howdy ho! Wir haben einen coolen Charakter. Ich glaube, ich glaube, dass sie jemanden in den sewersen, diese Tage. Wer ist auf der Tür? Ist das der Mann mit meinen Pils? Nein, es ist nicht jemanden mit Pils für dich, darling, okay? Ich hab das Mannes drei Stunden vorhin. Das ist meine liebliche Frau, Autumn. Sie lebt Weihnachten mit Vodka und Mussel relaxern. Und hier, jeder Tag ist Weihnachten. Wait, wer ist fucking my kids? What do you mean where are the kids? You're supposed to be watching them out back, Autumn. No, they were being watched by the babysitter. The babysitter quit four months ago when you threw up on her. Thank you fucking Yelonite. Don't you excuse us a minute. Don't you ever make me find a stranger like that? You do it. You fuck on him and you don't know where you can't go. Fuck you and you can't kill your pieces. You know, don't fuck you or fuck you. Hey, hey, how? Hey, listen, I gotta get my wife some help. Could you go look for our children? I should make it worth your while. There's Simon, Amber and Colin Wallace. Tell them, their father wants them home right away. My baby! Bring me my baby! You're a fucking train wreck! It smells like Farts! Can't you take a joke? Okay, los geht's. Farts! 30, you just Farts! Aua! So! Das erste, was wir machen, ist ihm was zum Essen geben. Mahlzeit, Jimmy. Und das zweite, was wir machen, ist das hier. Los geht's. Nur drehen. Das ist cool. Das ist echt fett. So, was kannst denn du eigentlich? Lied des irgendetwas. Na, der Schlaflied interessiert mich weniger. Das hier. Drücke wiederholt X, wenn Jimmy zu stottern beginnt. Oiter. Jetzt, von der nächste Riech. Da war eine Maiden von St... 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 Stonberry, hallo! Sie didn't talk much, but boy, did she... Swa... Boy, did she... Swa... Swallow! I had a nice man that she said... St... That she said... Set up her... The Maiden from Stonberry, who is also your mom. Wow, what is Riffingordians? Wow, what is Riffingordians? Do you have any new materials? It's all in the timing. Very nice. Okay, now he's down. Okay. Ganz unten. So, machen wir die David-Schleuder mal. So, die zwei sind weg. Sehr gut. Ach, das bringt sich nichts wirklich. Wir müssen ganz normal angreifen mit ihm. Wow, 249 Schaden! So. 181, na, da sieht man schon einen gewissen Unterschied. Da sieht man wirklich einen Unterschied. So, looten, bitte. Da oben ist einer. Und ich denke, wie Scheiße. Wir können nur den Schneeball ins Gesicht werfen. Ich habe mir gedacht, der fliegt runter. Okay. Das heißt, wir müssen anscheinend da nach hinten irgendwie. Schauen wir mal. Ich kann da hinten nicht vorbeigehen. Was habe ich jetzt aktiviert? Ah, man kann so nach hinten... Alter, okay. Das war jetzt auch nur Glück. Sehr gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich wünsche mir, dass ich ein sicheres und warmes Umfeld hatte. Aber ich bin nicht. Also, ich denke, ich gehe nach Hause. Schauen wir mal. Dann können wir looten. Danke. Okay, das ist nix. Und hier können wir auch nix machen. Okay, wir gehen weiter. Oh, ein Sandler. Komm her. Es sieht aus, dass wir schlafen. Ein wunderschöner Fähigkeiten! Wäsche auf, hm? Das ist nicht schön! Oh, der hat 283 Trefferpunkte. Unglaublich. Wir machen zuerst den unteren. 181 machen wir da. Okay. Uh, fast ein One-Hit. Ja, das ist schon beachtlich, was der Jimmy da raus hat. Aber er ist auch Level 10. So, wir looten. Dass wir da ja nichts vergessen. Gut, da oben. Hat es das da drüben auch gegeben? Weil das die ganze Zeit... Weiter rinnt. Nein. Da drüben hat es das nicht gegeben. Okay. Na, dann gehen wir. Okay, das ist wieder so ein... Ich beginne, ich beginne nicht. Okay, wir können weitergehen. Das können wir zerstören. Okay. Alter, es gibt so viele Wege hier. Hier kann ich runter. Hier kann ich rauf, wenn ich den Hebel wahrscheinlich betätige. Und hier kann ich wieder runter. Gehen wir da zuerst mal runter. Alter, vorder. Auf was habe ich mich da eingelassen, hä? Kann mir das irgendwer sagen? Wieso tue ich das? Ich hoffe, wir können diese Nuggets finden. Da hinten war ja der Anfang. Na komm her, du Wichser. Du geschissenes. Du bist jetzt mit dem Krip, hm? So, los geht's. Wir machen eine Beschneidung. Auf den da, ja. Na, das nimmt schon viel Schaden. Jetzt hat es wieder geflackert. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob man das auch da sieht bei der Aufnahme. Das bringt sich nichts. Wir machen das hier. Ja, ich muss ihn endlich mal austauschen. Ich würde mal auch gerne den Stain mal sehen. Yo! So, Jimmy. Hau dir mal was rein. Nice. So, wir machen... David-Schleuder, würde ich sagen. Oh! Ja, das ist sehr gut. So, kommt darauf an, wie viel die Ratte jetzt hat? Ja, der ist gleich weg. Okay, passt. Normale Angriffe, das reicht vollkommen. Hey! 141, passt. Und noch Jimmy drauf. Ja! Ihr seid großartig. Und gemeistert. Das ist nicht schön! Ich bin nicht so gut! Schau, du Ratschlein! Hilfe! Sie sind nach meiner Kugel! Schau, du Ratschlein! Hilfe! Sie sind nach meiner Kugel! Oh oh, du hast ihre Mutter angreif. Ich muss nochmals vorschlagen, wir machen Part Ende, sonst wird das zu lange! Es wird sonst zu lange wieder! Wir machen hier... Ja! Und los geht's! Für das ist der Jimmy schon gut! Für diese Fernkampfattacken! Sicherlich, du jessst! Hast du noch neue Materialien? Ich muss noch große Gesundheitstränke kaufen! Da unbedingt! Das ist unnötig! Was ist denn das? Das sehe ich erst jetzt! Ah, das ist... Kann ich jetzt wechseln, oder was? Tatsächlich, ich kann hier wechseln auch während des Kampfes! So, Mamarata ist tot! Sicherlich, du bist tot! Ist sie tot? Nein! So! Wir machen eine Wiederbelebung! Ich habe nur eine Galle von außen des Seals genommen und beobachte meine Arme tief. So! Normaler Angriff! Wer lebt denn da eigentlich noch? Der lebt auch noch! Hört an! Auf geht's Jimmy! Sehr gut! Sehr gut! Normaler Angriff! 28, 87, 87! Wir gehen auf den in der Mitte los! Ich hasse den Typen in der Mitte! Bam! Sehr gut! Wir gehen auf den unteren los! Perfekt! Okay! Eine Rate gibt's noch! Den werden wir jetzt in Jimmy töten! Das ist klar! Sehr gut! Sehr gut! Sehr gut! Ich habe Angst, dass die Ratten mich bekommen werden und ich bin ein Flacher! Sehr gut! Sehr, sehr gut! Das war eigentlich Glück, dass ich da runtergegangen bin und dass ich das so gefunden habe. Schnell durch! Da nach hinten kann man jetzt noch gehen. Aha! Okay, gut! Dann gehen wir da mal lang! Aber zurückgehen tun wir auf jeden Fall! Also ich möchte auch sehen, was da hinten ist! Was jetzt allerdings hier drinnen ist... Alter, das ist zeitbegrenzt gut zu wissen! Das heißt, ihr werdet das dann sehen, wie ich rüber sprinte! So! Was aber hier drinnen, also da hinten ist, das werden wir in den nächsten Part sehen! Ich bedanke mich wieder mal fürs Zusehen! Macht's das gut! Tschüss! Tschüss, Baba! Euer Herzfehler! Tschüss! 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 Tschüss!